Und hier ist sie, die Show der Fantastischen Preise. Bleiben Sie dabei, wenn es jetzt heißt, der Preis ist heiß! Luise Maria Kruschwitz, kommen Sie zu uns, Sie sind dabei! Ach, das aufgerichtete! Luise Maria, Sie sind dabei! Und Ella Riebe ist dabei, Ella, wo sind Sie? Kommen Sie zu uns, Ella Riebe! Ella Riebe, holen Sie schon mal den nächsten, Fernanda Meleti! Fernanda Meleti, Sie sind dabei, kommen Sie zu uns! Und Ella Buchmann ist dabei, Ella! Ella Buchmann, wo sind Sie? Dann haben wir noch Franziska Stein, kommen Sie auch zu uns, Franziska! Franziska aus München! Und Sie sind die ersten vier Kandidaten bei der Preis ist heiß! Und hier ist Harry Weitwurz! Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren! Und herzlich willkommen bei der Preis ist heiß! Und hier ist alles!